Doch bist du am Ende. Lass jetzt mal eine Doppel-Imposter-Runde machen für ganz viele Nein, nein. Scheiße, gut. Ja, dann hätte ich gewonnen, glaubts, mein Gott. Na schau, jetzt kann ich was. Diesmal mach ich irgendwo links zuerst, okay. Michi, Stefan. Michi? Der fuck, was ist das denn? Loll. Der war direkt vor dem Haupteingang, vor Lights, also Electrical, mein ich, davor in dieser Antenne. Da war ich auch. Da warst du auch. Da war ich auch. Ach, ah ja, guter, guter Punkt. Ich hab mal gedacht, ihr werdet es schon schaffen, ich mach mal andere Quests. Nein, eigentlich war ich da nicht, eigentlich war ich rechts oben in Medbar. Also als das Licht ausgegangen ist, bin ich gerade vor dem Eingang bei Electrical gewesen. Nein. Bin reinkam, hab die Quest, also hab die den Strom wieder angemacht, Michi kam dazu. Dann bin ich von Electrical aus quasi den Gang links runter, ne erstmal Security, wo Michi hinterher gelaufen ist. Und dann bin ich den Gang runter und in der Zeit ist Michi nach oben rechts und hat reportet. Wer stand zu, äh, bei uns als drittester Bike? Ich nicht. Ich war rechts oben, wie gesagt. Das war Stefan. Also ich bleibe auch in dem Gebäude links und dann wollte ich nach oben um das Licht zu fixen. Wo bist du denn danach hingegangen? Danach bin ich erstmal nach rechts zum Lab. Was für der Quest hast du gemacht, Leo? Ähm, das wo du dich drauf stellen musst. Auf dieses Ding, wo du dann gescannt wirst und dann da steht. Ah, hab ich grad nicht gesehen. Zwei... Ich hab mich trotzdem da nicht gesehen. Ist mir egal, ich war da. Also Leo hat sich mit seiner Äußerung, würde ich mal sagen, schon sehr verdächtig gemacht. Weil ich bin da gewesen und bin dann runter gegangen. Ich hab dich nicht gesehen. Aber du kannst mich da oben auch nicht sehen, wenn du die Tür siehst. Du kannst mich davon nicht sehen. Ich bin ja kurz da drauf hingegangen, ob da vielleicht eine Leiche liegt. Weil da ist es an einer schönen Stelle, da jemand zum töten. Also... Auf jeden Fall war ich da. De facto müssen wir skippen, aber Leo hat sich schon verdächtig gemacht. Okay. Finde ich gut. Das war der Plan. Wer auch immer der Mörder ist dank mir. der Mörder ist es an Eveningale schrée. Verdammt. höher, höher, höher. Was? Achso. Nein! Ja? Ja. Links unten war Mario bei den Wassertanks, also bei den Wasserdingern. Als erstes wollte ich die Quest machen, dann habe ich gedacht, hey, hast die Report was nicht aufgeleuchtet, dann... Häh! Gebraucht! Also Michi kann schlecht gewesen sein, der war ja hinter mir. Der war noch in dem Schießding drinnen. Da fällt Michi für mich raus. Ja, vielleicht warst du so was raus. Kann gut sein. Ich war in dem Spezialraum, ich weiß nicht wie da heißt, ganz rechts unten, wo man durch den... Durch die... Die Kontinu... Die Kontinu... Die Blablablub durchgehen muss. Und da habe ich zwei Quests gehabt. Einmal, wo ich die... Edelsteine... Oder bei der Kiste, wo ich die Edelsteine reinlegen muss. In der richtigen Reihenfolge, plus... Ja, ja. Was war das zweite Quest? Noch eine andere Quest habe ich da drinnen auch gehabt. Stefan, was hast du gemacht? Wo warst du? Ich war ja auch unten links in dem Raum. Da war Luma noch drin und lebendig. Dann bin ich raus und dann warst du da ja. Dann war das Licht aus und ich bin nach oben, um das Licht zu fixen. Ich bin angekommen. Was hast du vorher gemacht, Stefan? Bevor ich da im Raum war? Ja. Äh, da kam ich von... Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich kam auf jeden Fall von rechts rein. Jetzt fällt es mir gerade an, dass... Ja genau, ich war da... Also ich war da bei Weapons und habe den Delta-Download gemacht. Dass ich das Asteroiden abschießen soll und rechts den Download. Dann gut. Ich weiß, dass es stattfindet. Ja, ähm... Skippen, ne? Keine Ahnung. Ich vermute, dass es dem mit dem Selfie-Port war, aber... Ja. Ja. Du warst in Weapons gerade noch. Eben, ja. Mhm. So eine Scheiße. Er hätte nur sagen müssen, dass er von oben kam, dann hätte er mich hier getroffen. Und dann wäre es... Also er hätte mich hier treffen müssen, das wäre es gewesen. Okay, ich kann da ja nichts machen. Warum hat er das überhaupt angezeigt? Küll Sonn blessings. Senf'ti riskiert auf. Ah so... das ist... Stefan, oah Arschloch. Aber es macht schon enorm Bock das Spiel. Es ist nur echt wirklich schwierig zwischendurch mal was zu sagen, wenn man hier beschäftigt ist oder spannungsgeladen ist. Aber, scheiße was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Als er gesagt hat, er war in Weapons drin, habe ich es gewusst. Michi, wir hätten ihn voten müssen. Ja, ich habe es gewusst. Er hätte aber theoretisch wirklich nach ihm erscheinen. Ich war in Weapons drin, das war sogar nicht gelogen. Ich war drinnen, du warst nicht drinnen. Niemals. Ja, du warst drinnen und hast abgeschossen. Ich war noch drin und bin dann auch rausgegangen. Theoretisch hätte er da schon noch reinkommen können. Also, da waren zwei an dem Asteroen Spiel, ich weiß nicht mehr wer, aber ich war da, habe mich dann da reingestellt und habe diesen Delta download getakt. Ja, oder sowas. Kann doch mal. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Stefan, ich habe keinen Stoff. Ja? Weil du mich gekillt hast. Und links. Ja. Ich weiß nicht, ob das durch die Kill-Animation war, aber nachdem die weg war, standst du eine Sekunde noch bei mir und bist dann auf einmal quasi quer aus meinem Bildschirm ausgeflogen. Wahrscheinlich wie eine Desing. Wegen der Animation wahrscheinlich dann, ne? Ja, ja, weil er hat die Animation nicht. Bitte? Er hat die, ähm, äh, äh, trotzdem hat er die Animation nicht nur du. Okay. Deswegen. In dem Sinne? Ja, aber Stefan, was, was sollte ich denn machen? Naja, ich kam ja gerade aus dem Raum raus. Und in genau dem Raum lag halt Mario. Ja, aber Michi ist nicht in dem Raum rein. Ja, aber es hätte doch auch, es hätte doch auch wahrscheinlich sein können mit Steph Report. Ja. Der hatte sich ja vorher schon verdächtig gemacht, das war das Problem. Ja, aber ich war einfach. Ja, stimmt. Das war ein bisschen. Das war 50-50. Wo Michi... Moment, in der Runde waren noch viele Leute übrig, ne? Ja. Na gut, dann, ja, dann war logisch, dass es geskippt werden muss. Wo Michi den, äh, Stefan gefragt hatte, aus welcher Richtung er gekommen ist. Hättest du von oben gesagt, dann hättest du Michi beim Weg laufen müssen. Dann hätte Michi spätestens merken müssen, da stimmt was nicht. Aber dann hat er sich für die echte Variante entschieden. Ja. Verdammt. Auf jeden Fall hat mich Stefan... Ich dachte gar nicht mal genug. Stefan hat mich wieder richtig frech am Anfang wunderbar. Warst du echt beim Scanner Scheiden? Oder Leo? Ja, ich war wirklich beim Scanner rechts oben. Äh, na, ich hab da extra hingeschaut gehabt. Ich hab dich aber auch nicht gesehen. Ich hab dich aber auch nicht gesehen. Deswegen hab ich mir gedacht, okay, du warst rechts oben. Ich glaub nicht, aber... Aber vielleicht hat sich ja dann da drinnen gesehen. Jetzt sind wir so, um das abzustimmen, oder? Machen wir noch ein paar Runden? Ja, gerne. Ich wär noch bei zwei, drei Runden dabei. Ich auch. Okay, cool. Ja, aber ich wollte noch was sagen, Mario, auf deine Frage. Also diesen Chat, da kann jeder hinschreiben. Aber wenn man tot ist, kann man halt nur die Toten. Also hättest du antworten können? Ja, hab ich noch. Hast du? Ja, aber ganz zum Schluss erst. Kurz vor Ende. Weil ich hab's davor nicht drauf geampft. Wo ich dann gestorben bin, ist doch nicht gesagt. Da ich schnell zuck. Ja. Shani ist ja vorbeigelaufen von meiner Leiche fast. Was? Oh, shit. So. 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 Und dann mal schon wieder Kommunikation rein rein, ne? Und ab-lobten. So. 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 Und den Upload. Wo geht das? Ernsthaft? Ist das wieder Licht? Ne. Äh, ich bin jetzt... Ah, ich wollte das direkt machen. Sehr schön. So, als nächstes... Office. So, dann machen wir erst das Dach. Komm schon. Komm schon, Leute. Ich habe das gerade auf dem Monitor schon gesehen, aber wusste nicht, wo die Leichen drin sind. Welchen Monitor siehst du das immer? Ja, hier neben dem Knopfraum, wo wir jetzt sind. Rechts daneben in dem Raum, auf dem Monitor. Gut, also ich kann sagen, dass gerade Stefan mit mir oben links an dem Ding da stand. Ja, da war ich raus. Und jetzt die Frage an Stefan. Stefan, wer kam dir entgegen da oben? Wo? Wo du da an dem Gang hoch rennst, um an das Seismore-Ding da zu kommen. Ist das Seismore oder ist das... Terror. Terror war das. Was? Ich bin jetzt zum Zweiten gegangen, um den zu drücken, weil beide gedrückt werden. Ja, genau. Weil ihr wart schon zu zweit da und ich bin zum Zweiten dann gegangen. Alles gut. Ich wollte eigentlich zuerst zum Linken gehen, da war aber schon Xaron oben. Oder war das? Ich bin nur nach rechts oben zu dir gekommen, da warst du gerade oben, Terror. Ich wollte nur ausschließend auf irgendjemand da oben. Also rechts oben, stimmt. Ich meine, aber links oben habe ich jemanden gesehen, bin ich gleich nach rechts oben dann wieder gegangen. Wo waren denn die Leichen? Also ich habe nur eine jetzt festgestellt, die war am Eingang zu dem Raum nach rechts. Also unterhalb quasi von diesem Turm, wo man hämmern muss oder was man da machen muss. Und ich war links eigentlich am Anfang. Und dem Turm? Äh, wo jetzt? Bei Seismic? Hä? Wo war die? Bei Seismic? Also, ähm, keine Ahnung, wo dieser Turm ist, äh, die Rakete ist, wo du hämmern musst. Achso, da. Da drunter im, äh, im Flurbereich von dem. Flur, okay. War irgendwer dort in der Nähe? Ich nicht, Mann. Terror? Hm. Ich war, war euch links oben ganz am Anfang. Davor, dann bin ich nach rechts gegangen. Weil ich kam ja von links unten. Ah, ich meine, vorher. Vor der anderen Namen kam. Wo warst du da? Ich bin nicht von rechts gekommen. Ich war die ganze Zeit auf der linken Seite. Wir müssen skippen, aber ich halte Terror für verlächtig. Ja. 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 Du bist jetzt ne neue Klima. Pssst. Oh. Pssst. 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 Was ist mit Michi? Pssst. 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 So, das haben wir auch erledigt. Stefan ist ja noch mit dabei. Ganz kurz, weiß einer von euch ob dieses Scannen im Mad Bay eine Common Quest ist? Du meinst das wo ich jetzt war? Genau das, ob das jeder hat, wenn einer das hat. Kommt drauf an ob das oben links mit drin steht, also die zwei ersten Einträge hat doch jeder soweit ich weiß. Ja, aber wenn man das jetzt... Xar und Terror, hattet ihr diese Quest mit dem Mad Bay? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß echt nicht, welche Quest soll das sein? Aber ich glaube, es hat nicht jeder... Also ich wüsste es nicht, dass es jeder... Fekaten scannen, meinst du, oder? Nein, nein, das oben rechts, wo man sich auf dieses Ding stellen muss und man gescannt wird. Achso, ne das habe ich nicht immer gehabt. Jetzt habe ich es auch nicht... Habe ich nur... Ne, wir hatten auch... Wir hatten schon Runden... Aber das habe ich ganz am Anfang gemacht. Wir hatten schon Runden, wo es nicht jeder hatte, soweit ich weiß. Ganz kurze Frage... Ich habe es schon öfters gehabt. Habt ihr das im Chat lesen können? Nein. Was? Ich sehe von wenig, ne? Ähm... Na gut, dann... Ich habe es gerade am Anfang gehabt, aber ich habe schon ein paar Runden gehabt, wo ich es nicht hatte. Gut, dann habe ich keine Beweise. Weil du... Aber egal... Ich vermute mal, du hast die... Deine jetzt wahrscheinlich auch gehabt. Ich hatte die Quest nicht, nein. Okay, gut. Wenn das eine Common Quest gewesen wäre, dann hättest du die halt getaked und dann wärst du wieder... Kann man das tun. Okay. Aber ich habe dich jetzt nicht in Verdacht, aber... Achso. So, wie komme ich jetzt oben nochmal hin? Oh... Ich habe die eine Quest da und dann habe ich es eigentlich durch. Oder? Ja. Och, nö. Ich hasse diese... Diese Quest. Einfach. Diesmal war es einfach. Ich komme hier auf. Auf die Entfernung? Was? Auf die Entfernung? Ähm... Das ist dieser... Billard Raum. Quasi unter dem Raum mit dem Knopf. Also... Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen gesehen. Das ist das Problem. Ich weiß nur... Ich bin links oben. Bei... In der Nähe von dem... Wo man das Licht immer einschaltet. Da habe ich mir so ein Download gleich oben drüber. Okay. Stefan, was hast du gemacht? Die Quest mit dem Download halt. Also ich wäre jetzt gerade... Da habe ich noch zwei... Da habe ich zwei Stück... Ja, drei Stück insgesamt. Und zwei habe ich erst gemacht. Also ich wäre jetzt gerade... Ich war unten links in dem Raum mit den Ventilen. Und dann musstest du beide machen? Ja. Was hast du vorher gemacht? Äh... Vorher bin ich... Äh... Von oben rechts nach unten links gelaufen. Von oben rechts nach unten links. Und das habe ich auch gemacht. Kann man echt... Diese komische... Die kleine Säule da, wo ich... So ein Labyrinth durchführen muss. Und dann bin ich... Zum Elektrik... Nach links gelaufen. Das Problem ist, wir müssen jetzt einen rausbauen. Ja, das ist das Problem. Und ich habe keine Ahnung wen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss ehrlich gesehen. Ich habe den Kratzer nicht gesehen. Ich habe auch keinen Teil gesehen. Aber... Ey, das wäre... Also bei mir wäre es jetzt 50-50. Ihr könnt es beide gewesen sein. Also wir haben Terror vorher mal verdächtigt. Aber auch wirklich nur verdächtigt. Weil er sich verdächtig verhalten hat. Oh Mann. Das stimmt aber. Auch wenn... Es schlecht für mich ist. Aber... Ich weiß nicht warum ihr mich verdächtigt habt. Aber... Ich bin aber auch sehr unschlüssig. Muss ich ehrlich verstehen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich ehrlich bin. Xara und du könntest es ja auch jetzt sein. Ja theoretisch könnte es jeder von uns gewesen sein. Aber wir müssen jetzt entscheiden. Ich brauche Terror. Oh ich... Ach... Krotzi. Ja ja. Lass uns kein Fehler sein. Terror war der Falle. Ja... 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 Hey... Hey... Glücksspiel ist unser. Boah... Ich bin grad nicht verdächtig warum? Ich habe doch alles so gut gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwer hatte ich mal verdächtigt. Naja das stimmt doch, aber ich verstehe nicht warum. Sag mal Terror... Ich auch nicht. Aber... Das hat uns den Weg gebracht. Als du mich gekillt hast da auf dem Gang, wie nah stand ich an dir dran? Ich meine, da muss ich ganz nah bei dir gestanden sein. Also das ist auch ein Desync, ne? Ja, komm. Ich bin da oben hing 50 Millisekunden. Also ich fand es schon ein bisschen krass. Also ich hatte da jetzt... Anfangs habe ich halt jeden weggeschnissen. Es hätten drei Personen dazwischen stehen können. Ja, ja, das hatte ich aber auch schon mal, dass ich gefühlt in beiden Bildchen weit weg stand. Ja. Bei mir war das beim Krotzi genauso letztes Mal, wo er mich gekillt hat, wo ich auch dieses Labyrinth gemacht habe. Nee. Hat er mich gekillt und so schnell wie... Und da war er plötzlich weg, weil er in den Vent reingestiegen ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du an einer Stelle standest, wo dich niemand gefunden hat. Ja. Wenn ich mit dem zweiten Kill machen würde, dann wäre das Gegenüber. Da würde ich noch ganz viel ergab sein. Verständlich, das ist schon ziemlich... Die Kante. Ja, ich war auch. Warum legst du noch? Ich weiß doch jetzt, ne? Ich weiß doch jetzt, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jürgen, Jürgen! Ja,! Ja, aber ich suche mir kurz, wo ich da grafe ich nach, guck mal, jetzt mal. Guck mal...